so bastelzeit und momentan ist so ein bisschen die zeit für krankheiten ich mache da direkt mal mit also keine motivation für allzu viel das heißt ich habe einfach mal in meine kiste gegriffen und mir irgendein bausatz gekrallt der da noch umlag habe eben mal kurz nach der nummer ihr gesucht SKU 823121 da steht was von elektronischer sanduhr und viele leds so ein bisschen sanduhr gedönse ich glaube das kommt hin gucken uns das mal an was da drin ist bei uns zusammen und gucken wie es funktioniert das sollte nicht allzu viel arbeit sein und ein beschränktes potenzial an geht mir auf den keks haben also schauen wir mal was in der tüte haben wir haben zwei boards wie es aussieht unterschiedliche menge ICs wie es aussieht 4096 4015 zweimal okay die sind dann wohl hier wir haben Elkos wir haben widerstände und so das war es so weit was ist denn da ist das denn ach das ist okay okay das ist ein neigeschalter ich wollte gerade sagen für den elko sieht es ein bisschen seltsam aus aber es ist ein neigeschalter gut ja plus natürlich tonnen von leds in dem fall ja okay anleitung gibt es offensichtlich nicht aber naja sind wir ehrlich das kriegen wahrscheinlich noch so hin ist ja alles beschriftet hier ist es wohl das led board das wird dann wahrscheinlich gesteckt auch das hier das ist das board für ja er kommt hin das wird so rum gesteckt hier das ist das board mit der logik stromversorgung ist anscheinend nicht wirklich was vorgesehen muss man sich dann selber drunken waren nur gut halten wir schon mal den lötkolben hoch und gucken mal was wir haben wir haben hier den switch 1 das dürfte der hier sein ja das macht sinn jede menge ein bisschen aufpassen 3,3 kilo ohm wollte ich gerade sagen aber jetzt ein 2,2 k dazwischen okay die 3,3 er dürften wohl die hier sein das ist ein langer streifen das kommt hin dann haben wir halt nur noch den einen hier übrig das sieht mir jetzt zwar nicht nach 2,2 kilo ohm aus aber okay sonst haben wir halt nichts nur gut wird sich schon irgendwer was bei gedacht haben was haben wir noch hier wir haben hier den kleinen den müssen wir auf jeden fall gleich noch finden den würde ich nämlich sinnvollerweise als erstes einlöten dürfte der hier sein 2,2,2 gucken ja da steht was unten steht da 2,2,2 oder 2,2,3 ne 2,2,2 ok 2,2 glaube ich 220 nano fahrrad wenn ich richtig im kopf habe ansonsten das übliche problem bei hier so bausätzen in tüten geliefert werden ich denke man kann es hier sehen die pins sind von hinten verbogen nicht schön aber wir werden es überleben ansonsten so gut keine sockel dabei für die ICs aber hey passt schon so ich habe gerade noch mal drüber geguckt das hier kommt ja gar nicht hin braun schwarz grün das ist mega ohm und wir haben tatsächlich ja einen 1 mega ohm eingezeichnet das heißt der 2,2 kilo ohm fiel theoretisch wobei der halt auch einfach auf hier so ein stecker geht und hier oben haben wir ja nur die leds also ich würde da jetzt sagen da kommt auch der der hier hin der orange orange rot das kommt hin 3,3 k oder orange ja müsste passen das wird dann einfach nur ein druckfehler sein ich würde mal sagen so anleitung haben wir nicht aber wir wissen ja grob welches bauteil wohin gehört das kann man zum glück halbwegs sehen anhand der form und werte und würden wir das halt mal nach und nach hier drauf what could possibly go wrong ich meine wir haben ja nur zu viele widerstände ja so so wenn wir dann alle 3,3 kilo ohm widerstände drauf haben dann haben wir immer noch den 1,1 mega ohm den sollten wir eventuell auch noch einlöten der war ja hier unten dann schauen wir mal was wir sonst noch haben das meiste sind halt die c's und die sockel hier ist noch ein elko und natürlich dieser schalter hier oben den sollten wir eventuell dann zuerst machen und ich schätze einfach mal dass das lange beinchen dahin kommt wo der kreis ist oder nehmen wir das dicke dahin wo der kreis ist und der sollte dann am schluss liegen denn der muss ja oben und unten unterscheiden können und beim kondensator da muss man schauen da gibt es hier die minus seite mit so einer weißen streifen dran der sollte sinnvollerweise auch dahin wo hier unten auf dem bord das minus ist also die weiß straffierte stelle da müssen wir also aufpassen wie rum wir es einsetzen der rest war es so weiter egal so dann schauen wir mal nach den ICs da haben wir hier einmal den 4015 nochmal den 4015 wahrscheinlich und der leicht verbogen ist dann der 4069 dann versuche ich jetzt einfach mal die beinchen halbwegs gerade zu biegen es gibt auf jeden fall noch einen spaß den dann in die löscher zu bekommen muss man ohnehin ein bisschen aufpassen die beinchen brechen auch gerne mal ab oder ich schneide sie ab das geht auch das ist im übrigen nicht die richtige zange um das gerade zu machen sollte das nicht klar gewesen sein und hier müssen wir jetzt schauen hier ist ja diese diese aussparung auf der oberseite vom chip und hier ist auch nahe so ein halbkreis in der bemalung in die richtung sollte das dann und ich gehe jetzt mal auf die suche ob ich da das hinkriege alle beinchen gleichzeitig da unten rein zu bekommen ok drin ist er der abgeschnittene pin ist auch lang genug der kommt trotzdem noch durch das heißt ich kann sinnvoll verlöten normalerweise würde ich hier mit sockeln arbeiten äh dann kann man wenn dann IC kaputt geht das einfache tauschen aber ich hoffe einfach mal dass die ICs schon passen die sind inzwischen ja relativ robust und entsprechend wird dann halt direkt eingelötet so selbes gilt dann für die anderen beiden auch hier gucken dass du die Kreise oder Halbkreise auf dem Chip mit der Bemalung auf dem Board übereinander kriegen eventuell muss man so ein bisschen mal auf dem Tisch die ein bisschen nach innen biegen wenn das auf dem Tisch macht geht das dann biegen sich alle gleichzeitig das ist da meistens eine ganz gute Sache ging wahrscheinlich deutlich einfacher wenn man irgendwo mit den Fingern dazwischen käme um das Ding halbwegs gerade da mal einzusetzen so jetzt aber dann die beiden auch noch festlöten ich löte meistens erstmal auf den Ecken jeweils gegenüber einen fest dann kann der Chip nicht mehr rausfallen dann können wir die restlichen in Ruhe machen ohne dass man da Angst haben muss dass der Chip irgendwie plötzlich abhanden kommt so auf der Seite müsste man jetzt alles haben das heißt die kommt zur Rückseite da haben wir hier 5 Volt und Ground da müssen wir uns also noch was ausdenken wo wir den Strom herbekommen da brauche ich mir gleich einfach ein USB Kabel und hier drüben da haben wir noch mit dem 100k Poti das ist der 3 Bein hier damit können wir irgendwas einstellen wahrscheinlich mit Geschwindigkeit oder so und einen Schalter sehe ich da noch irgendwo habe ich da eben auch noch entdeckt da ist er der passt nur in eine Richtung dann machen wir die beiden dann auch noch rein versuchen es jedenfalls festhalten bis er da unten ist so jetzt schnell festlöten dann fällt auch nichts mehr raus so fertig naja der hier ok die Dings fehlen noch und vor allen Dingen fehlen hier jede Menge LEDs Hurray äh Fleißarbeit was gibt es schöneres naja bei den LEDs muss man wieder aufpassen die haben Seiten und zwar grob gesagt das längere Beinchen kommt dahin wo die Abflachung nicht ist das kürzere Beinchen da wo abgeschnitten ist und das ganze auf die Seite auf denen die Kreise aufgemalt sind und ja das sind jetzt natürlich wieder einige muss man ein bisschen aufpassen dass man in die richtige Richtung rein macht ansonsten hat man nachher keinen Spaß damit das wäre doof und insgesamt sind das wohl 20 ne da sind wir mehr 30 LEDs Hurray macht nochmal 60 Lötstellen also wenn jemand löten üben möchte vielleicht nicht das schlechteste Kit Lötstellen hat man jedenfalls genügend ich mach gerade schon mal einen auf der anderen Seite dass das flach auf liegt wir hoffen dass das dann irgendwie halbwegs geht dann ich sehe schon meine Taktik war eventuell nicht die klügste ich mach jetzt mal nur einen pro LED fest dann habe ich noch die Chance das ganze gerade zu drücken wenn das zu schief geworden ist dann schauen wir mal wie hässlich das ganze aussieht und ja genau das habe ich befürchtet die sind jetzt natürlich in alle Richtungen hier verstreut zumindest ein paar muss ich die hängen doch sehr weit oben wenn wir hier gucken da ist eine Menge Platz unten drunter das geht so nicht ich erhitze die jetzt entsprechend die eine Lötstelle und drücke von der anderen Seite das Ding gerade so dass das alles da ist wo ich es haben wollte das sieht schon besser aus alles halbwegs gerade die Lötstelle die wackelt mir zu viel die neue Nummer 9 und dann fehlt jeweils noch das zweite Beinchen das kommt dann separat so Beinchen ab und für die andere Seite hole ich mir dann eine andere Methode denn das hier hat nicht ganz so schön funktioniert wie ich das gewollt hatte so auf der anderen Seite gehe ich jetzt hin und mache sie einzeln das dürfte besser funktionieren dann hat man zum einen nicht die ganzen Beinchen im Weg wenn man löten möchte und zum anderen kriegt man es wahrscheinlich aus sinnvoller äh gerade geschoben hier das heißt ich mache eine Lötstelle schiebe das richtig so wie ich es haben möchte mache dann die zweite und dann ja je nachdem ich denke ich werde es jetzt erstmal mit einer Reihe machen dann abschneiden eh vorausgesetzt ich kriege die Dinger gepackt äh wichtig natürlich auch hier weiterhin auf die Richtung achten habe ich das ja sieht richtig aus so langsam verwandelt sich hier meine Arbeitsfläche in ein riesen Bad von solchen LED Beinchen aber wir sind fast fertig es fehlen jetzt nur noch die hier und ja was wir dahin machen ist offenbar halbwegs egal das heißt wir entscheiden ich glaube ich mache es sogar abwechselnd ja das macht irgendwie Sinn in meinem Kopf das heißt wir holen jetzt hier einfach mal Buchsen machen die hier hin löten die dann fest damit wird dann gleich die beiden Boards miteinander verbunden und auch hier hilft es die Ecken erst fest zu löten sodass es nicht mehr verrutschen kann dann zu gucken ob alles gerade ist und wenn ja dann können wir den Rest fest löten was ich jetzt mache ist auf der anderen Seite die Stecker dahin setzen dann können wir das nämlich später nur noch in die richtige Richtung einsetzen so dass wir es nicht aus Versehen verdrehen können wenn wir das auseinander machen und wieder neu einstecken das klingt nach einer guten Idee irgendwie will das gerade nicht oh da haben wir uns ein Löschelchen zugelötet das ist natürlich eher nicht gut ja wird man es so wieder frei kriegen das sieht so aus ansonsten hätte ich von der Rückseite erhitzen müssen dann reindrücken das geht auch aber es war nicht viel da ist es dann ausreichend wenn man einfach mal kurz dran hält dass sich der Löschel ein bisschen zur Seite zieht und dann geht das schon so fehlt noch die andere Seite und dann mache ich es mir jetzt einfach ich gehe einfach hin und stecke die hier schon mal passend ein zack zack auf der anderen Seite na die Stecker dann sorgen wir dafür dass wir das hier drauf machen jetzt müssen wir gucken gibt es ja eine Beschriftung hier ist ein B hier ist ein B dann würde ich sagen gehört das so und mit etwas Glück kriegen wir das jetzt hier alles da rein ok die Seite haben wir und die Seite dadurch dass sie jetzt ineinander gesteckt sind sind die auch in der richtigen Ausrichtung das heißt das passt am Ende auch super aufeinander da müssen wir uns dann keine Gedanken machen dass wir da irgendwie was schräg eingelötet haben und deswegen das nicht ineinander stecken können daher hier der Weg so kurzer Check das einzige was jetzt noch an Bauteilen hier liegt sind zwei LEDs hier fehlen keine die waren dann wohl zu viel das heißt jetzt muss ich mir noch eine 5 Volt Versorgung besorgen es ist halt ein bisschen schade dass nichts sinnvolles dabei ist ich gucke mal gerade ob ich noch ein altes USB Kabel habe USB arbeitet nochmal mit 5 Volt und dann können wir gucken ob es auch funktioniert und auch noch eins gefunden ganz normales USB Kabel das ist abgeschnitten ich mache die meistens ab wenn ich die Geräte wegwerfen muss die USB dran hatten Mäuse Tastaturen sind so Klassiker und ähm ja theoretisch wenn wir die hier aufmachen sollten wir vier Käbelchen finden Rot Schwarz Weiß und Grün und auf Rot und Schwarz das ist eigentlich 5 Volt und Ground die wir brauchen äh generelle Empfehlung man sollte das vorher durchmessen und sich nicht blind auf die Farben verlassen wir gucken also auch Rot-Schwarz Grün-Weiß und der Schirm ist ja auch noch ähm wie gesagt normalerweise durchmessen es gibt teilweise Hersteller die die Farben zwar benutzen aber falsch anklemmen hier bei den Kabeln bin ich mir relativ sicher das stimmt deswegen äh siegt jetzt meine Faulheit und ich werde nicht anfangen hier einen Multimeter zu schnappen so den müssen wir jetzt hier noch dran machen dazu stecken wir die nochmal kurz auseinander sodass wir da auch in die Rückstellen kommen soweit die Theorie praktisch ich möchte es zumindest an der Stelle hier nur mäßig gut auseinander gehen wow wieso ist der denn so verbogen okay das hatte ich nicht gesehen war der schon so oder habe ich das gerade irgendwie so viel Gewalt habe ich eigentlich nicht drauf gegeben na gut ähm was hatten wir wir hatten round ist schwarz und gold ist rot hier entsprechend durch und von der Rückseite verlötet so das sieht doch schon ganz gut aus jetzt müssen wir es nur noch wieder zusammen bekommen was meint da funktioniert das jetzt geben wir mal Strom drauf super da ist schon was an das ist interessant wenn ich den rein drücke ist aus wenn ich ihn raus hole ist er an na gut so ist nichts und wenn wir jetzt umdrehen sollte dieser Schalter kippen und ja Tatsache er beginnt tatsächlich da runter zu kippen ja da hängt was da ist irgendwo eine Lötstelle nicht in Ordnung ihr seht die LED die blinkt es ist irgendwo eine Lötstelle kaputt und ja ich gehe mal davon aus mit dem Poti was wir hinten noch haben können wir dann wahrscheinlich die Geschwindigkeit einstellen schneller oder langsamer haben wollen was mich jetzt hier noch als Frage stellt wenn wir das mittendrin umdrehen macht er das auch dann machen wir hier einfach drei Stück ich drehe wieder um und ok äh ich glaube da kommt er ein bisschen durcheinander aber ich glaube das ist tatsächlich so gewollt eins zwei drei und ja ich würde mal sagen das ist so beabsichtigt und der tut schon mal was er soll aber so sind wir natürlich noch nicht fertig gucken wir mal auf die Schaltung dann schauen wir uns erstmal an was wir hier an ICs haben das erste ist ein CD4015B da ist in einem Gehäuse zwei Schiffregister mit jeweils vier Stufen äh zum groben Prinzip von Schiffregistern hatte ich zumindest mit einem achtstufigen ja schon mal ein Video gemacht findet ihr entsprechend oben in der Ecke hier der entsprechend nur vier Stufen und dafür zwei Stück das heißt insgesamt haben wir vier mal vierstufige Register der zweite CD4069 das ist ein Hexinverter das heißt der dreht den Eingang einfach um was mich jetzt erst ein bisschen gewundert hat weil Eingang umdrehen macht nicht wirklich Sinn denn wir haben ja mehr als sechs LEDs wo wir den Status umdrehen müssen aber glücklicherweise hat der Hersteller hier dieses EEQ-Kit das war ja auch aufgedruckt einen Schaltblatt veröffentlicht und da können wir gucken was sie gemacht haben und äh ja die LEDs die sind auf der einen Seite mit Plus verbunden also mit VCC und auf der anderen Seite mit Minus also Ground verbunden und die gehen dann jeweils über den Stecker auf das andere Board da über 3,3 Kiloohm von beiden Seiten auf einen Pin das heißt wenn wir den Pin Low machen auf Ground ziehen den D2 dann leuchtet diese LED weil wir haben hier oben ja VCC hier durch und dann gegen Ground wenn wir hingegen hier VCC anlegen also ein High Signal dann leuchtet hier oben die LED nicht weil wir haben High wir haben High da ist kein Potenzial dazwischen aber dafür geht es über den Widerstand hier unten hin und gegen Ground das heißt wir können mit einem Pin zwei LEDs abwechselnd an und ausschalten und so haben die das geregelt dass man die ganzen LEDs hin und her bekommt und ja die LEDs die hängen dann hier fest an den beiden Shift Registern die sind hintereinander geschaltet das heißt also wir haben insgesamt hier 16 LEDs wie es aussieht ne der letzte ist nicht belegt also sind es nur 15 was dann die 30 macht die wir ja gesehen haben 30 LEDs und was ist mit dem CD4069 nun den den haben sie anders benutzt und hier stand es ja auch schon Applications Oscillator damit machen wir also eine Oszillator wir müssen ja irgendwie den Takt vorgeben wie oft sich der Status ändern soll und das kommt entsprechend hierher wir nutzen also das hier mit dem 1 Megaohm und dem Variablen Resistor hier unten zusammen mit diesem Kondensator als Taktquelle der Kondensator lädt sich hier nur langsam auf dadurch kippt der irgendwann erst und so kriegen wir dann ein fertiges Signal was hier weiter geht und ach ne hier bei 4 kommt das Signal raus das ist unser Takt Signal und das geht hier in die beiden Reihen und was weiter geschaufelt wird das bestimmt der hier der VD1 der kommt von hier hinten das ist unser Lagesensor wenn er in der Einlage ist ist hier offen das heißt wir haben hier über den 3,3 Kiloohm Ground das heißt das Ding wird mit Nullen aufgefüllt wenn wir es rumdrehen ist hier geschlossen wir sind mit VCC verbunden und entsprechend würde er mit Einsen aufhöhlen das erklärt dann auch warum das so seltsam aussah als wir das mittendrin rumgedreht haben da war dann hier irgendwie Nullen mittendrin die sind dann einfach nach und nach durchgewandert ja ich glaube damit haben wir dann auch verstanden wie das Ding hier funktioniert nicht die komplexeste Sache aber wir haben gesehen hey es bewegt sich und wenn man mit dem Poti da ein bisschen rumspielt dann kann man es auch beispielsweise so als was weiß ich Küchentimer irgendwie für das 5 Minuten Ei oder was das da ist benutzen wenn man sowas braucht bisschen schade von meiner Seite ist halt dass es nichts gibt für Stromversorgung ich meine USB Kabel dran machen ist für mich jetzt kein Problem aber ist teilweise auch unpraktisch klar man kann irgendwie so ein 3-fach Halter für Batterien dran machen das wären dann 4,5 Volt bei AA Batterien das würde funktionieren aber es ist halt nichts dabei das heißt man muss sich selber was ausdenken und das ist für so ein Einsteiger-Kit in meinen Augen eher schlecht so oder so die Grundfunktion ist da also tut was es soll und seine eine große Bedeutung dann tun wir es wohl nachher und so dann das 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 ist das